Sind Sie eigentlich gern Vampir? Es ist gut, so wie es ist. Es hat mir nie besonders gelegen, Mensch zu sein. Unsterblichkeit ist das Wunder. Wir sind privilegiert. Unsterblichkeit ist das Wunder. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir wollen die menschliche Rasse wieder stärken. Blutersatz ist keine Lösung. Ich war früher so wie Sie, aber jetzt nicht mehr. Wer sind Sie? Wir sind die mit der Armbrust. Dieser letzte Hauch von Menschlichkeit wird genauso schnell verschwinden wie das Blut. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich kann sie zurückverwandeln. Was ist die Lösung? Das könnte Ihr Tod sein. Ich bin schon längst tot. Kann mich jemand hören? Sie haben uns gefunden. Sie sind überall. Feuer! 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 personally, kein Problem. Geht euch overwhelm. soccer in Europa. Höre! openly Untertitelung des ZDF für funk, 2017